Hallo und herzlich willkommen zu BatschungTV, dem gehörtsten Reisemagazin der Welt. Ich stehe hier in Amano Hashidate, das ist zwei Zustunden von Kyoto entfernt und gehöre zu einem der schönsten Strände Japans. Im Moment scheint die Sonne leider nicht, aber ich lasse mich gerne mal daran teilhaben, wie das hier aussieht. Sorry fürs Rauschen, aber das Budget reicht nicht für den Kameramann und den Turmmann erst recht nicht. Also, guckt euch das an, wie es hier aussieht. Ach ja, Amano Hashidate heißt es übersetzt so viel wie Himmelsbrücke und ich kraxel jetzt mal auf dem Berg und guck mal, wie das aussieht von da oben. Ich bin Benjamin Mai für BatschungTV, tschüss!